Und ab ins nächste Szenario, nachdem eben das Haupttor von Troja gefallen ist. Gerade eben noch. Was? Nochmal eine... Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche Mission das war. Ah, das war der mit dem... Wir müssen das Tor aufheben, uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Ajax retten. Ja, genau. Seine Hobliten sind unterwegs und... Karawanen. Dorfbewohner können Gold sammeln, doch eine Goldmine ist irgendwann erschöpft oder befindet sich vielleicht auf gegnerischem Gebiet. Gold kann jedoch auch durch den Handelskarawanen erwirtschaftet werden. Diese werden auf dem Marktplatz ausgebildet. Wenn ein Karawanen zu ihrem oder einem verbündeten Dorfzentrum geschickt wird, pendelt sie zwischen Marktplatz und Dorfzentrum hin und her und liefert bei jeder abgeschlossenen Tour Gold ab. Das hatten wir ja in der letzten Folge. Ja, wir sind ja schon da. Also... Hab Dank, mein Freund. Lasst uns die Truppen in eurem Lager neu sammeln, Ajax. Volumen. Etienus. Ne. Prozesset, lege, esto. Mal ist da. Ach stimmt, der Akantos muss ja auch noch dabei sein. Ne. Aber ich mein nicht, hier wäre auch noch eine Reliquie. Ja. Mythische Einheiten werden schnell ausgebildet. Büchse der Pandora. Oh. Und ja, das Lager von Ajax ist... Oh je. Ähm. Ja. Lasst uns hier mal rüber gehen, wo die Leute alles herkommen können. Habe ich halt alles nicht mehr im Kopf. Ja, da kommen sie schon. Da machen wir da erst mal dicht. Die betet auch Zeus an. Okay. Machen wir da dicht. Prozesset, ist das? Nein. Prostagma, etimi. Metallers. Ah, diesmal müssen wir uns auf Schweinchen etc. verlassen. Okay. Prostagma. 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 Ah. Äh. 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 Prostagma. Äh. Läge. Okay, da ist eine... Engstelle. Ne. Mal ist da. Und hier können wir auch noch... ...zumachen. Ne. Prostagma. 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 Eti. Ähm. Das ist jetzt doof, eigentlich. Ach so. Das stimmt. Da ist noch das Dorfzentrum von Agamemnon. Ähm. Dem sein Dorfzentrum kannst du komplett vergessen. Das macht gar nix. Ähm. Das ist einfach nur ein Ziel für die Karawane. Damit du halt unendlich Gold bekommen kannst. Das ist jetzt aber momentan auch echt nur ein Esel. Ne. Äh. Ja. Gut. Ich kann auch grad nicht mehr. Das ist doof. Ähm. Bauen wir so schnell wie möglich den... ...Blödsinn ab. Was die Hippiecons angeht, die können mal Späer spielen auf eigenem Gebiet. Orthos. Ähm. Willen sie eine schlagkräftige Armee aus und zerstören sie alle Gebäude im Bereich des trojanischen Brückenkopfes. Troja hat heimlich einen Brückenkopf außerhalb der Stadt errichtet. Bevor sie Troja belagern können, müssen sie zunächst diese Bedrohung aus dem Weg räumen. Die Trojaner könnten außerdem versuchen, zusätzlich militärische Einrichtungen in der Nähe des Lagers zu errichten. Verhindern sie dies. Anmerkung. Es könnte sich als nützlich erweisen, äh... ...mehrere Routen zum gegnerischen Brückenkopf zu kennen. Ja. Leie. Werden wir ausprobieren. Ah. Meint, was hat ihr denn jetzt geholt? Atene und Dionysos. Ja. Ja. Das ist so... Ich finde es so mit die schlechteste Kombo, die man machen kann. Also, Athene unterstützt halt die Infanterie. Dionysos, äh, vor allem die Kavallerie. Und hier die beiden, äh, der unterstützt, äh, allgemein so ein bisschen und Hera unterstützt mythische Soldaten. Das ist das größte Kuddelmodel jetzt, was da ausgewählt wurde. Äh, das ist so, äh, im Grunde unbrauchbar, die Kombi. Aber, wie gesagt, Agamemnon ist halt, wie gesagt, komplett nutzlos Bewegungsgeschwindigkeit von Dorfbewohnern erhöht. Das ist, das ist gut. Kannst du dich mal drücken, mein Akantos? Ah, das wäre eigentlich besser, aber egal. Fasten. acei. Pr Absinthe. Ät Planet. Ätale. 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 coping ist Planet Ruhi. Jupp, der ist tot. Egal. Oh, hier sind Felder. Scheint so. Ja, ganz sicher nicht. Malistan. Volumen. Malistan. Ach, ich glaub, das war... Ja. Also wir könnten natürlich hier direkt Haupteingang reinstürmen. Oder hier Seiteneingang. Das geht auch. Macht auch Spaß da reinzuäumeln wie so ein Bekloppter. Durchaus. Aber es gibt bessere Möglichkeiten. Vorsicht? Ne. Die Armee an sich lasse ich mal hier. Und nur die drei Helden. Ihr versucht doch mal darüber. Schaut euch da mal um, was seht ihr da? Malistan. Ach ja. Hier kann man halt schnell die Richtung ändern. Nei. 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 Proseche. Proseche. Ähm. Ach, kommt für uns jetzt... Proseche. Voulume. Proseche. 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 Err. No. Nei. Nei. Etemos. Proseche. Nei. Proseche. Proseche. Etemos. Proseche. A hero has fallen. Etemos. Nei. Proseche. Okay. Isto. Isto. Läge. Vulo me. Was takpa? Malesta. Ne. Vulo me. Ne. Vulo me. Ah, komm. Los, Akantos. Du schaffst das. Vulo me. Vulo me. Malesta. Isto. Malesta. Ah, komm. A hero has fallen. Ja. Who cares? Hä? Ah. Ah. Oh, es sind zwei. Wie schnell sind die jetzt auch? Plus 3,8. Okay. Malesta. Malesta. Ah, kommt. Und. Sie könnten versuchen, Ja, könnten sie, wenn sie nicht. Äh. Ah, kommt. Äh. Kaffee. Äthiimus. Äh. Äh. Entschuldigung! Und was findet er hier? Ich weiß nicht mal mehr, ob da überhaupt was war. Ah, das war ein weiterer Weg nach Troja. Ich mag es, dass die Stadt mehrere Eingänge hat, aber ich habe keine Ahnung, wie wir vom Westtor, wo wir hergekommen sind, äh, was das hier sein soll. Die Karte ist halt komplett anders. Die hat nichts mit unserem Westtor zu tun. Aber naja. Nege, Etimos. Das ist okay. Etimos. Ne. So. Nege. Etimus, ne? Etimi. So. Ja, wir bauen noch die beiden, äh, die beiden Goldminen ab. Dann ist das aber auch genug. Ah! 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 beherrer werden ja eben hefeistos Prostagma Wullo me, malst, wullo me Ne Malst, wullo me, wullo me Malst, ne, malst, ne Kommt, schafft ordentlich Holz ran Ist doch nicht wahr Ist doch Malst, ist doch Prostagge Ist doch Prostagge Wullo me Prostagma Ne Also ich mag diese Aufteilung halt mit zwölf, äh, Feldern, zwölf Dorfbewohnern Das bringt auch eigentlich Schnell genug, äh, Dings Schnell genug den Nachschub Äh, ihr baut mir bitte nochmal ne Waffenkammer Hab ich ja noch gar nicht Prostagma Ist doch Mehr Schaden Medusa Materialchen mit mehr Lebenspunkten Und, ja, ne, Medusa, äh, hat Äh, kostet Genauso viel Gunst wie ein Koloss Hat aber deutlich schlechtere Werte Gerade im Angriff Ja, ist Fernkampf, aber das ist trotzdem Nö Einfach Nö Und, ja, ich hab Prostagma Ist maquina Ich bin bereit. Das ist gut. Ja, kommt. Ah, stimmt. Die Medusen haben den... haben halt diesen Insta-Kill-Move dafür. Trotzdem. Äh. In der Gegenüberstellung sind die halt deutlich schwächer als die, äh, Dings. Als die Kolosse. Ich habe ja gesagt, ich will aggressiver sein, dann sollte ich mal angreifen. Prostegma. Esto. Etios. Esto. Prostegge. Esto. Lege. Kalos. So. So. Wir hauen hier alles auf. Hier ist halt nur der einzelne Wachturm. Ah, und zweiter Wachturm noch. Okay, ich habe nichts gesagt. Und dann stehen wir auch schon vor dem Dorfzentrum. hier ist halt nur der Gewittersturm. Ich kümmer mich gar nicht um die Soldaten. Das soll der Gewittersturm machen. Soviel dazu. Na komm, Dorfzentrum. Geh kaputt. Alle Gebäude. Ah. so Na ja. Ach, die beten Poseidon an. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Hat man daran gesehen, dass aus den Gebäuden Milizsoldaten kommen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Hero hat fallen. Ein Hero hat fallen. Und die machen halt schon alles platt, ey. Nicht zu glauben. Äh, keine Ahnung, wo du hin willst, aber du gehst nur zurück. Und was es euch angeht, ihr könntet eigentlich auch mal... Sehr schön. So. Es ist Verstärkung eingetroffen. Um das Elend hier mal zu beenden. Wir machen jetzt noch die, äh, Militärakademie und die Schießanlage platt. Ich bin mir unsicher, ob die Häuser noch unbedingt, äh, zerstört werden müssen. Wir werden es gleich hören. Ne, müssen sie nicht, wir haben gewonnen. Oh, Mann. Mit so einer Lappenarmee. Vielleicht sollte ich doch auf schwer gehen. Aber, ich glaube, wenn, dann eher in der nächsten Folge. Oder in der... Die nächste Mission dürfte nochmal nervig werden. Wir sind hier wieder Herr der Lage, Ajax. Lasst uns die Männer sammeln und Troja erneut angreifen. Akantos, Ajax, Agamemnon wurde angegriffen. Die Trojaner müssen Agamemnon geschlagen haben, während wir hier gekämpft haben. Sieht die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptlager und sehen, wie groß der Schaden ist. Ja. Ja, gut. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gruß, Zinas-Fan.